Die ewige Frage, was soll ich an Weihnachten kochen, egal ob an Heiligabend oder an einem der Feiertage, wenn Familie kommt, Besuch generell und so weiter. Ich schlage jetzt hier keine großartigen Weihnachtsbraten vor, sondern ich habe mir eher ein paar speziellere Sachen ausgesucht, die man vielleicht mal als Alternative einbauen kann. In diesem Video geht es zunächst mal um Vorspeisen. Ich habe drei ausgesucht. Ich werde auf jeden Fall in der Videobeschreibung auch verlinken, welche anderen Vorspeisen man in meinem Channel noch finden kann. Damit nicht der Eindruck entsteht, es gäbe nur diese drei. Aber die habe ich halt für dieses Jahr mal ausgesucht. Es folgen dann noch Hauptspeise, Beilagen und Dessert. Also stay tuned, wie man so schön sagt. Diese vier Bereiche werde ich alle in einem kleinen Video behandeln. Ich habe das dann so gemacht, dass ich die Gerichte ausgesucht habe, super stark komprimiert habe. Wie das gemacht wird und aussieht, um euch einen Eindruck zu vermitteln. Und dann könnt ihr in der Verlinkung, in der Videobeschreibung das ausgewachsene Video und Rezept dazu aufsuchen und dann in aller Ruhe alles nachkochen. Also viel Spaß und viel Spaß auch bei der Auswahl, wenn etwas dabei ist, was euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.